Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Espresso von Gobe ist ein Kaffee, den ich gerne habe. Kräftig, rassig und eben mit dem typischen Espressoaroma. Wie bei allen Kaffeesorten kommt es eben auch beim Espresso aufs Mischen und Rösten an. Und das ist eine Kunst, die Spezialisten von Gobe dank jahrelanger Erfahrung meisterhaft beherrschen. Neben dem vertrauten Bohnenkaffee gibt es bei Gobe seit einiger Zeit den neuen Espressomat. Dieser Espressokaffee ist bereits fertig gemahlen und speziell auf Espressomaschinen abgestimmt. Der Espressomat von Gobe ist übrigens WAC, also luftdicht verpackt und darum ungeöffnet, monatelang im frischen Zustand haltbar. Gerade anschliessend sind Sie noch die Gobe-Aktionen dieser Woche. Ich möchte mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Bis am nächsten Zistig gibt es bei Gobe. Gobe Kaffee Excellento 500 Gramm statt 7,70 nur 7,70. Gobe Kaffee Espresso 225 Gramm statt 3,30 nur 2,80. 2 Deziliter Kaffeerahm statt 1,35 nur 1,15. 5 Deziliter Kaffeerahm statt 2,85 nur 2,40. 10 Kaffeerahmportionen statt 1,15 nur 1 Franken. 3 Tafeln Arni-Schokolade, Olé, Noisette oder Sportmix Weiss statt 4,20 nur 3,20. 2 Liter Grobe Äpfelsaft statt 2,60 nur 2 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Regina Traube aus Italien per Kilo 1,50. Auf Wiedersehen!